Grüezi meine Damen und Herren, willkommen zu der Zauberberg von Thomas Mann. Ich hoffe, Sie sind alle gut geimpft, denn wir begeben uns in ein Sanatorium mit ansteckenden Lungenkrankheiten, in dem so eine Art Totentanz der alten bürgerlichen Welt, ein Abgesang auf das alte Europa vor dem Ersten Weltkrieg stattfindet. Die wichtigsten Figuren sind Hans Castor. Zu Beginn 24 aus einer Hamburger Kaufmannsfamilie, gerade mit dem Studium fertig, hat schon eine Stelle als Ingenieur in Erwerft und bevor es losgeht mit dem Arbeiten, will er noch kurz seinen Vetter Joachim Ziemsen im Sanatorium Berghof in Davos in der Schweiz besuchen. Der ist eigentlich Soldat und lässt dort seine Tuberkulose von Hofrat Behrens behandeln, dem Leiter dieses Sanatoriums, wobei die Behandlung hauptsächlich in Liegekuren und Gottvertrauen besteht. Viel konnte man damals noch nicht machen. Ebenfalls Patient ist der italienische Schriftsteller Ludovico Settembrini, ein aufklärerischer, demokratischer Politaktivist, der eine Art Mentor von Castor wird und sich sehr ärgert, als dieser sich in Madame Claudia Schoscha, wörtlich heiße Katze, verliebt und später den extremistischen Einflüsterungen des Jesuiten Nafta zuhört. Abschließend erwähnen wir noch den Kaffeekönig, Plantagenbesitzer Müller-Peperkorn, der gegen Ende des Romans auftaucht, eine königliche Persönlichkeit. Das sind nur die allerwichtigsten der vielen Figuren, die in diesem langen Roman auftauchen. Tommy Mann wollte nach der Erzählung Der Tod in Venedig eigentlich mal was Kürzeres, Lustigeres schreiben, zumal seine Frau nach der Lektüre dieser Erzählung erkannt hatte, dass er wohl bisexuell war. Um sich von dem Schock zu erholen, war sie 1912 in einem Schweizer Sanatorium, nämlich diesem hier, und hatte ihm von dort berichtet. So fing er 1913 zu schreiben an, an diesem Roman, unterbrach kurz während des Ersten Weltkriegs. Und zack, kaum war er 1924 fertig, hatte er leider 1000 Seiten geschrieben. Und los geht's. Joachim holt seinen Cousin am Bahnhof in Davos ab. Hallo, hi Joachim, schön, dass ihr es hier. Also ich bleib drei Wochen, dann kommst du auch wieder mit runter, oder? Was? Ne, ich bin ja noch nicht gesund. Die Uhren gehen hier ein bisschen anders, wirst du merken. Und er zeigt ihm alles, es gibt einen festen Tagesablauf, den er Dienst nennt. Ich hab ja gerade kein Militär. Und stellt ihm die Leute vor. Dann erfahren wir was über Hansens Herkunft. Ich bin weise, ne? Und ich bin erst bei meinem Opa und dann bei meinem Onkel Team Appel aufgewachsen. Ich hab zwar was geerbt, aber von den Zinsen kann man ja im Flachland wirklich nicht mehr leben. Hier oben aber eigentlich schon. Und außerdem kommt mir der Lebenswandel hier schon sehr entgegen. Ich hab mich eigentlich noch nie kaputt gemacht. Dann stößt er mit Behrens zusammen. Und der so, aha, ich bin kein Patient. Ich bin gesund. Ich bin nur so da. Ach ja, dann tun sie einfach schon mal so, als ob sie hierher gehören. Und er trifft Settembrini. Und der so, willkommen im Schattenreich. Ich bin kein Patient. Ich bin nur so da. Aber irgendwie findet er das auch alles ganz spannend hier oben. Ach, die Krankheit adelt so und das Essen ist so gut. Wumms, wird die Tür geworfen. Wer wirft denn da immer die Tür? Das ist Madame Clavidia Chouchard, aber lassen Sie die Finger von der, die ist verheiratet. Und reißen sie lieber wieder ab. Ja, wieso denn? Mir gefällt's hier. Weil sie lieber Schiffe bauen und dem Fortschritt dienen sollten, als hier krank und dekadent zu werden. Aber Hansi beginnt es auf dem Berg zu gefangen. Ja, wenn ich nicht krank bin, kann ich ja mal eine Wanderung machen. Ich meine, wenn man schon mal in den Bergen ist. Und er macht einen Spaziergang, überschätzt sich dabei ein bisschen und die Höhlenluft und kriegt mächtiges Nasenbluten. Ach, ich muss mich mal schnell hinlegen. Wieso muss ich denn jetzt die ganze Zeit an meinen Schulfreund Pschibislav Hippe denken, der mir mal seinen Bleistift geliehen hat? Ha, jetzt bin ich kurz eingeschlafen. Nein, jetzt komme ich zu spät zum Vortrag von Dr. Krokowski. Er schleicht sich aber noch rein. Dr. Krokowski ist der Assistent von Dr. Behrens, der alle zwei Wochen am Montag einen Vortrag über Psychoanalyse hält. Er ist nämlich Psychoanalytiker. Und er schleicht sich also rein, blutüberströmt, wie er ist, von seinen Nasenbluten. Die Klawdia sitzt vor ihm, dreht sich mal um. Und er so, die sieht ja aus wie der Pschibislav. Deswegen musste ich wahrscheinlich an den denken. Und er so, so, meine Damen und Herren. Liebe ist Krankheit. Und Krankheit, Liebe, verwandelte Liebe. Deshalb sollten sie alle mal bei mir eine Psychoanalyse machen. Dann sind die drei Wochen um und er sollte eigentlich abreisen. Boah, ich bin echt ein bisschen erkältet, ne? Ja, miss mal lieber Fieber. 37, 6 am hellen Vormittag. Oh, damit ist es nicht zu spaßen. Ich habe morgen Untersuchung beim Behrens. Komm doch einfach mit. Und der Behrens klopft erstmal den Ziemsen ab und sagt, hm, wann kann ich denn jetzt abreisen? Nicht so ungeduldig, junger Mann, ja? Und Sika, stopp, klopft den auch ab. Sie sind ein alter Patient. Sie hatten schon mal Tuberkulose. Ich würde mich mal drei Wochen hinlegen. Wie bitte? Ja, da muss ich wohl bleiben. Legt sich drei Wochen hin. Anschließend wird er geröntgt und dann ist er genau wie Jojo in so einer Feedback-Schleife gefangen. Wann kann ich denn wieder abreisen? Nicht so ungeduldig, junger Mann. Und der Settembrini immer, reisen Sie ab. Behrens ist aber eigentlich ganz umgänglich. Raucht mit ihm Zigarre. Damals war das ja noch gesund. Selbst wenn er Tuberkulose hatte. Und zeigt ihm ein selbst gemaltes Porträt von Klau. Ja, was, das haben Sie gemalt? Das ist ja unglaublich. Und wie Sie das mit der Haut hingekriegt haben? Ja, die weiblichen Rundungen, das ist ja Fettgewebe. Damit gehe ich mich aus. In der Folge informiert sich Hansi eingehend über Anatomie. Als nach Weihnachten mal wieder einer der Patienten stirbt, sagt er zu Joachim, du, wir müssten uns eigentlich viel mehr um die Kranken und Sterbenden hier kümmern. Und vorn anschleppt er ihn mit Blümchen zu Sterbenden mit einer jungen Todkranken, gehen sie sogar mal romantisch auf den Friedhof spazieren. Und im Nu sind sieben Monate vorbei und es steht Fasching vor der Tür. Was dem Settembrini gar nicht so beharft. Ey, das ist echt wie Walpurgis Nacht im Faust. Der Berg ist heute Zaubertoll, so ein richtiger Zauberberg, haha. Und sie spielen Partyspiele. So, ich muss ein Schweinchen malen, hat mal wieder... Hast du einen Bleistift? Fragt der Kek, Madame Clave, die ja schon schar, mit der er ja bisher kaum ein Wort gewechselt hat. Voila. Und stundenlang reden sie französisch über die Liebe. Boah, äh, äh, alle perdu, äh. Und sie verabschiedet sich und sagt, doch französisch, vergiss nicht, mir meinen Bleistift wiederzugeben. Und das tut er vermutlich in derselben Nacht noch, die sie miteinander verbringen. Am nächsten Morgen ist sie weg. Settembrini ist ein bisschen eingeschnappt, dass er nicht seinem Rat gefolgt ist und tatsächlich was mit der Claudia angefangen hat. Und er verabschiedet sich jetzt von den beiden Vettern. Also atens bin ich sterbenskrank und betens kann ich mir das Sanatorium nicht mehr leisten. Ich wohne ab jetzt im Dorf. Und ein paar Wochen später treffen sie ihn im Dorf, wie er da mit so einem Typen spazieren geht. Und so tut, als ob er sie nicht kennt. Und, äh, hallo Settembrini, Mann, also gut, das ist der Nafta hier, Lehrer hier am Gymnasium. Außerdem diskutieren wir uns immer zu Tode. Ja, wir streiten zum Beispiel über Politik. Ich bin der Meinung, die Katastrophe soll und muss kommen. Und die Vettern besuchen die beiden dann mal, die sich gefühlte 100 Seiten über Philosophie, Religion und Weltsicht zerkrachen. Wir müssen mehr Demokratie wagen. Ach, wir brauchen eine Diktatur des Papstes. Boah, sie Jesuit, sie Gutmensch. Die Zeit vergeht und Joachim wird jetzt echt ein bisschen ungeduldig. Und sagt zu Behrens, ich reise ab. Ja, aber in einem halben Jahr sind sie vielleicht gesund. Ich reise ab. Ist ja gut. Und sie? Ja, bin ich ihnen gesund genug? Ja, gute Reise. Was? Das gefällt aber dem Hans gar nicht. Und er misst so lange Fieber, bis er wieder welches hat. Und bleibt da. Wenig später steht sein Onkel Teenappel auf der Matte, um ihn nach Hause zu holen. Und sagt, sag mal, anderthalb Jahre Ferien, Jungen, spinnst du eigentlich? Na, na, na. Ja, und Hofrat Behrens sagt zu ihm, das ist ja schön, dass sie ihren Neffen mal besuchen, wo sie ja selbst so krank sind. Wie bitte? Und puff, ist er wieder weg. Nicht, dass er hängen bleibt. Hans bleibt aber. Auch hier in den Bergen könnte ich ja eigentlich auch mal ein bisschen Ski fahren. Unvorsichtigerweise gerät er dabei in einen Schneesturm und droht zu erfrieren. Boah, nicht einschlafen. Ha, eine schöne Meerlandschaft. Das ist ja humanistisch schön wie bei Settembrini. Ja, schöne neue Welt. Ha, da hinten schlachten zwei Hexen. Ein Kind in einem Tempel ab. Finsterstes Nafta-Mittelalter. Ach, das ist doch alles Blödsinn. Der Mensch soll um der Güte und Liebe willen dem Tode keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken. Mit diesem wunderschönen Gedanken wacht er auf, ist nochmal gerettet vor dem Schneesturm und vergisst seine Erleuchtung sofort wieder. Kaum ist ein halbes Jahr rum, muss Joachim sich zerknirscht wieder auf dem Berghof einstellen. Aber immerhin habe ich jetzt meine Leutnantsprüfung gemacht. Boah! Und er stirbt. Ups. Dafür taucht aber Madame Choucha wieder auf. Yippie! Allerdings nicht allein, sondern in Begleitung von Meneer Peperkorn. Oh ne! Aber trotz aller Eifersucht ist Kastor fasziniert von dieser anti-intellektuellen Genusspersönlichkeit. Meine Herrschaften! Gut! Alles gut erledigt! Und sie feiern zusammen, obwohl Peperkorn eigentlich todkrank ist. Und eines Abends sagt er zu Klaff, ja du liebst den, oder? Naja, der liebt mich. Sag mal, wollen wir Freunde sein für Peperkorn? Und er so, okay, dann besucht er Peperkorn und er sagt, ausnahmsweise mal in vollständigen Sätzen, und sie lieben Madame, wollen wir Freunde sein für Klaff, die ja okay. Und dann macht er mit ihnen und ein paar anderen zusammen nochmal so einen Ausflug zu einem Wasserfall und hält eine majestätische Rede, von der man kein Wort versteht, außer erledigt, weil sie vom Wasserfall übertönt wird. In der Nacht darauf bringt er sich um und Klaff, der reißt diesmal endgültig ab. Och nö! Dann beginnt die Zeit des großen Stumpfsinns. Es ist ja nichts mehr los hier oben, alle spielen Karten oder fotografieren. Oh, ein Grammophon! Dieses Grammophon wird auch mal bei einer Geisterbeschwörungsseance bei Dr. Krokowski verwendet. Ich grüße Sie! Ich glaub gar nicht an so einen Kack. Ah, der Geist von Joachim! Jetzt bin ich aber gereizt! Und genau so sind es die alten Kontrahenten Settembrini und Nafta. Und bei einem Ausflug, den sie gemeinsam mit ein paar anderen Leuten machen, geraten die so richtig in Streit miteinander. Der Tod ist romantisch! Och, Sie sind doch ein Terrorist! Was bin ich? Duell! Wie bitte? Und es kommt tatsächlich zum Duell zwischen den beiden, weil Nafta darauf besteht. Der Humanist Settembrini hält nichts davon, ist zwar nicht feige, aber als er dran ist mit Schießen, schießt er in die Luft. Bang! Und der Nafta so, Sie haben in die Luft geschossen, Sie Feigling! Und er dreht die Pistole gegen sich selbst und erschießt sich selber. Und die so, ahhh! Und dieser Schuss ist fast schon der Donnerschlag, mit dem der Erste Weltkrieg beginnt, denn wir haben jetzt 1914. Boah, sieben Jahre bin ich hier gewesen? Nee, jetzt muss ich aber mal heilen. Äh, tschüss, Demokratie! Ja, 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 Settembrini meine ich. Und mit dem romantischen Lied vom Lindenbaum, das schon ziemlich mit der Todessehnsucht von Nafta übereinstimmt, fährt er ins Flachland, wird Soldat und stirbt vermutlich. An der Front. Der Zauberberg wird als Antibildungsroman bezeichnet, zu Recht, denn obwohl der Castorp als naiver Jüngling, so wie Parzival, auf den Berg kommt, kann der von dem großartigen Humanisten Settembrini nichts lernen, denn genau wie das liberale Europa ist der selber schon den Tod geweint und die Stunde der Extremisten wie Nafta schlägt. Es ist erschreckend, wie sehr wir auch 100 Jahre später Demokratie und Freiheit gegen die heutigen Terroristen und Demokratiefeinde verteidigen müssen. Und ich hoffe sehr, dass uns sehr mühsam errungene Frieden, Toleranz und Freiheit nicht nochmal in Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit und Hass abgleiten. Und das, liebe Gemeinde, war der Zauberberg von Thomas Mann. Vielen Dank. Vielen Dank.